und ein herzliches willkommen zurück zu einem weiteren kampf hier bei pokémon technik auf nintendo switch am 13 mai 2022 mit mir von youtube gegen wieder dr neokortex aus england okay er ist immer noch in der aufstiegsrunde das finde ich gut ich habe sie noch nicht versaut aber wer weiß ob dies jetzt enden wird auf ein neues mit ihm als ich zitter schon so langsam am körper ja so langsam kommt er erst einfach in der lieben wieder zum vorschein nein warum habe ich nicht getroffen jetzt wird das mir aber zeigen ich habe gedacht ich kann schnell an ja klar das wasser ist kalt ist cool okay sehr gut 10 jetzt heute aber eine kenne ja 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 Ich habe auch von beiden, meine Fortschritte. ok wieder 20 aber gut wirklich ja oder würde schon sagen schreibt den kommentar wenn ich es auch gut fandet und gibt ja auch dann warum wenn ihr schon dabei seid und natürlich auch abonnieren nicht vergessen und ja ein sieg noch leute die steigen sander auf das wäre doch was endlich mal wieder ich danke euch auf jeden fall fürs zuschauen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten kampf wieder oder auch beim anderen let's plays viel spaß noch auf youtube und auf meinem kanal bis dann